Bis gleich! Super! Nicole! Danke, dass du vorbeikommst! Roberto! Mensch! Werner! Hast du nicht mit mir gerechnet? Ah, mit Nicole planschen! Wenn mir das einer gesagt hätte. Willst du auch? Ich will! Du bist immer gut drauf, ne? Ich sehe dich immer nur lachend. Kann das sein, dass du immer lachst? Boah, ich will dich küssen! Na, küss mich doch! Du hast mir total gefehlt! Na, küss mich doch! Da war ja der Kuss. Der kam doch noch, ne? Ja, kam noch. Ich glaube, du musst auch so sein, wie Udo dann gewesen ist, dass er sagte, ich gebe alles für meine Karriere, lass links, rechts, Familie alles liegen und stehen und mach alles dafür. Wenn du so eine Karriere machen willst, wie er es gemacht hat, musst du wahrscheinlich auch so ein Egoman sein, so ein bisschen, ja. Ja, dann wird euch allen Sonnen klar! Mit dem Karl zu Baden ist wunderbar! Mit dem Karl zu Baden ist wunderbar! Ich guck dich an, du guckst mich an. Wer zuerst lacht, hat verloren, ne? Okay. Ich habe also keine Stimmübungen gemacht, überhaupt nichts, alles naturbelassen, damit... Wie bei mir! Wackelst mit den Nasenflügeln. Mit was soll ich wackeln jetzt? Ich kann nicht mit was anderem wackeln, nein. Das ist kein Kinderprogramm. Für Ralf Siegel, von Nicole und Karl König. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen. Ich kenne keinen Menschen, der in einer Großzügigkeit zu überbieten ist als Ralf Siegel. Das ist der Mann, der dann im Bayerischen Hof dem jemanden, der das Auto parkt, einen 50-Mark-Schein in die Hand drückt und sagt, ist schon gut. Und zu mir sagt er, der weiß nicht, wie er die Butter aufs Brot kriegt für seine Kinder. Und das sind so diese Szenen, da ist keine Kamera dabei. You're perfect like this! Eins, zwei, drei, ah! Schauen's doch mal! Mit dir vielleicht, vielleicht auch nicht. Spielst du bloß oder willst du mich? Ich will dich! Mit dir vielleicht auch nicht. Wenn du Karl so anschaust, sagst du er mit dir vielleicht oder er vielleicht auch nicht? Das willst du jetzt nicht wissen. Das war eine Antwort, glaube ich, ne? Das war sehr klug geantwortet. Ein bisschen Spaß muss sein! Hey! Wenn ich wieder einen so Lied hinfüge, gleich mit deinem Toupet, dann wird's ein Rüchteer von B-Toupet. Also, wenn ich in zwei Wochen Fußpilz habe, kriegst du eine Anzeige. Schreib mir eine Karte. Das mache ich. Das ist der neue Roberto Blanco. Toll macht er das! Unds Club in den Kuhn! Du hast mich fertig gemacht, aber war eine schöne Sendung. Wird das überhaupt gesendet, ne? Nö, das macht er nicht. Ach, so einen Scheiß macht er dann nicht, oder? Oma! Tschüss! Das ist das Wohnzimmer. War ganz toll. Kommt mal wieder, wenn ihr keine Zeit habt. Ha! Das ist das Wohnzimmer. Dann hat er noch einen Schrauch. Dann hat das Haupt so ein Mal.